Gojko Mittig ist ein deutsch-serbischer Schauspieler und Regisseur. Große Popularität erlangte er in der DDR als Hauptdarsteller historischer und fiktiver Indianer-Persönlichkeiten zahlreicher Deva-Indianer-Filme. Seine Popularität mag daran erkennbar sein, dass sowohl in der DDR als auch später in der Bundesrepublik versucht wurde, ihm Etiketten anzuhängen. Deva-Chef-Indianer, einerseits, Winnetou des Ostens, andererseits. Letztere Rolle hat Gojko Mittig aber nie in einem Kinofilm dargestellt. Diese Winnetou-Formulierung nimmt dabei eher Bezug auf die Bekanntheit von Gojko Mittig im Vergleich zum Darsteller der Rolle aus dem Westen, dem Franzosen Pierre Brice. Gojko Mittig spricht nach eigenen Angaben alle slawischen Sprachen, Deutsch, ein wenig Italienisch und Englisch. Leben Mittig entstammt einer Bauernfamilie aus einem Dorf an der Feternika im Süden Serbiens. Da sein Vater Zivudzin am Befreiungskampf jugoslawischer Partisanen im Zweiten Weltkrieg teilnahm, wuchs er mit seinem Bruder Dragan bei seinen Großeltern auf. Nach seiner Schulausbildung, bei der er auch vier Jahre in Deutsch unterrichtet wurde, begann Mittig, 20-jährig, an der Sporthochschule in Belgrad Sport zu studieren. Während seines Studiums knüpfte er erste Kontakte zum Film. Zu dieser Zeit wurden in Jugoslawien viele internationale Filme produziert, deren Komparsen hauptsächlich Studenten der Belgrader Sporthochschule waren. Ab 1961 trat Mittig verstärkt als Stuntman in italienischen und britischen Filmen auf. 1963 erhielt er eine winzige Rolle in dem von Arthur Brauner produzierten Karl May-Film Old Shatterhand. Beeindruckt von seiner athletischen Erscheinung ermöglichte man ihm, nach der Rialto-Produktion Winnetou 2, Teil im nächsten Film der Serie in Untergeiern eine größere Rolle als Häuptlingssohn Wokade zu übernehmen. Hier erschien sein Name im Abspann noch eingedeutscht als Georg Mittig. Dann begann auch die DEFA in Jugoslawien DEFA-Indianer-Filme zu drehen. 1966 spielte Mittig als Lakota-Häuptling Tokaito in Die Söhne der großen Bärin seine erste Hauptrolle. Den Film sahen im Kino 9 Millionen DDR-Bürger. Damit begann seine Filmkarriere vor allem in der DDR, wo er eine außerordentliche Popularität erreichte. So spielte er 1967 den Mohikaner Chingachguk, 1968 und 1969 den Dakota-Häuptling Weitspehender Falke, 1970 den Shoshonen Sheifet, 1971 den Seminole in Osceola, 1972 Tekumsee, 1973 und 1974 den Appachen-Häuptling Ulzana, 1975 den Cheyenne-Harter-Felsen, 1978 den Mensenero-Indianer Severino und 1983 den Ne Perseille-Weiße-Feder. Außer in Osteuropa wurde Mittig auch in Afrika und Asien durch die DEFA-Filme bekannt. Bis 1975 stand er jährlich für mindestens einen Film vor der Kamera, wobei er fast ausschließlich Indianer-Häuptlinge verkörperte. Um seinen leicht hörbaren Akzent zu vermeiden, wurde Mittig, obwohl er fließend Deutsch spricht, synchronisiert. Dass er, wie etwa am laufenden Pferd und in diversen anderen Szenen, als Schauspieler wohl wirklich alle Stunts selbst ausführte, verlieh seiner Darstellung der Heldengestalt ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit. 1976 huldigte ihn die DDR-Rockgruppe Express in ihrem Song Ein Wickwamm steht in Babelsberg. Ab Sommer 1976 war Mittig erstmals mit der Rolle des Spartakus im Harzerberg-Theater Thale zu sehen. Dort spielte er bis 1984 meist Abenteuerstücke, die auch für das Fernsehen der DDR aufgezeichnet wurden. Mittig drehte jedoch nicht nur Indianer-Filme. Er spielte im Theater, zeitweise stand er auch für Science-Fiction und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Dabei war mehrmals Renate Blume seine Filmpartnerin, mit der er in den 1970er Jahren einige Jahre zusammenlebte. Neben der Schauspielerei trat Mittig auch als Sänger, 2010 von Engel B. in modernerem Gewand neu aufgelegt, 1978 mit Ein Mann kann viel erzählen, und Moderator auf. Von 1981 bis 1989 führte er Regie bei fünf Filmen der Kinderserie Jan und Tini, zu der er auch die Drehbücher geschrieben hatte. 1988 übernahm er in dem zweiteiligen DEFA-Fernsehfilm Prairie Jäger in Mexiko nach Romanmotiven von Karl May seine letzte Indianerrolle für das Fernsehen der DDR. Nach der Wende spielte Mittig wieder kleinere Rollen. Ab 1992 übernahm er als Nachfolger von Pierre Brice bei den Karl May-Spielen in Bad Segeberg die Rolle des Winnetou. Am 10. September 2006 gab Mittig nach insgesamt 15 Spielzeiten und 1024 Aufführungen seine vorerst letzte Vorstellung. Passenderweise wurde in diesem Jahr Winnetou III gespielt, in dem Winnetou schließlich stirbt. Sieben Jahre später kehrte Mittig in der Rolle des Inchutschuna, des Vaters seiner einstigen Figur, nach Bad Segeberg zurück. Von 2007 bis 2009 spielte Mittig im Schweriner Staatstheater den Häuptling Bromden in dem Stück einer Flog über das Kuckucksnest. Am selben Theater spielte er bei den Schlossfestspielen 2009 die Hauptrolle in einem Musical nach dem Roman Alexis Sorbas von Nikos Kazantzakis. 2012 trat Gojko Mittig u.a. mit Uwe Jensen mit »Musik am Lagerfeuer« bzw. »Weihnachten am Lagerfeuer« auf. 2013 kehrte Gojko Mittig noch einmal in der Sat.1-Western-Produktion in einem Wilden Land als besonnener Komanschen-Häuptling Tamakera auf die TV-Bildschirme zurück. Es ist der erste Indianerfilm, in dem Mittig mit eigener Stimme zu hören ist, allerdings vollständig in einem Komanschen-Dialekt. Seit dem Jahr 2015 gibt es ein ihm gewidmetes Fantreffen im Eldorado in Templin, bei dem Mittig stets als Ehrengast auftritt. Im Dezember 2019 erhielt er den Preis für das Filmkünstlerische Lebenswerk von der DEFA-Stiftung. Die Laudatio hielt die Sängerin Ute Freudenberg. Gojko Mittig lebt in Berlin-Köpenick und hat eine Tochter. Er ist deutscher und serbischer Staatsbürger. Spielgemeinschaft, Gojko Mittig, Bischofswerder e. V. Am 13. Juni 1993 wurde in Bischofswerder die Spielgemeinschaft, Gojko Mittig, gegründet. Der Verein ist kein Fanclub, sondern ein Theaterverein. Er veranstaltet Deutschlands kleinste Kalmaispiele mit den jüngsten Darstellern auf der Waldbühne in Bischofswerder. In den jährlichen Neuinszenierungen wirken über 80 Kinder und Jugendliche sowie zahlreiche Tiere mit. Während ihrer 21. Saison im Jahr 2013 konnten die Bischofswerderer Kalmaispiele den insgesamt 100.000. Zuschauer auf der Waldbühne begrüßen. Gojko Mittig ist Namensgeber und Schirmherr des Vereins. Regelmäßig besucht er Proben oder Aufführungen der Kalmaispiele Bischofswerder und macht sich öffentlich für die Kinder- und Jugendarbeit des Vereins stark. Auszeichnungen 1969, Erich Weinert Medaille 2006, Goldene Henne 2019. Preis für das Filmkünstlerische Lebenswerk der DEFA Stiftung 2020, Filmpreis Premio Bakko.